Das ist Gabita. Hallo Gabita. Du warst schon mal da und du kriegst heute Rasterzöpfe. Du hast schon mal Rasterzöpfe gehabt, gell? Und wie lange hattest du sie drin gehabt? Weiß ich nicht. Vier Monate? Drei Monate? Und war es praktisch? War es okay für dich? Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Und hinten ist Almas mit frisch geflochtenen Openbrakes. Und Almas, wie fühlst du dich mit deinen Openbrakes? Peter, du bist bald fertig. Du aus mit deinen schönen feinen Rasterzöpfe. Fast 160 sind es geworden. Du kannst dir das nochmal zeigen. Und wie hast du sie gefrisiert gehabt? Weißt du es noch? Ja. Hast du sie alle nach oben? Ja, oben so. Ja. Schön. Gefällt es dir auch? Ja. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.